da aus der scheune aus der scheune links er hat das fensterrad wieder zugemacht er geht ins gebäude vielleicht kriegt es mich ja trotzdem fallen oben dürfte ich eigentlich alle entschärft haben hat er mich von der fahrer aus ja upper cut oder ich sehe den immer noch nicht ich kann ihn nicht sehen auch bei denen natürlich wissen halt wo sie hinhalten müssen um mich zu treffen ach leckt mich leute die jede kleine scheiß fitzelecke ich habe vorgeschlagen zu extrakt ich sehe auch nirgendwo aufblitzen ich sehe keinen rauch was ist denn das für ein quatsch der schuss gerade war aus der scheune auf dich du meinst das hauptgebäude ich vermute es sind zwei in dem hauptgebäude und eine halt in diesem weiß scheunen gebäude links davon mein zwei scheunen anderes team noch wie anderes team das kann nämlich seiner werter gerade geschossen wieso treffe ich den nicht denn jetzt ist das schon dreimal lang gelaufen was sind das denn jetzt äh ja war geil ich bin nur nicht mal zu sehen ich bin nur nicht mal zu sehen ja schluss ich hab Schatzkopf in dem weißen oder was oder oben in der scheune hinten er hat zwei neben dem weißen gebäude erwischt da ist aber noch einer direkt an dem weißen gebäude da schmeißt er jetzt was rein direkt bei mir Kim ja hier ja der ist im ersten stopp bei Börlern na scheiße man hast du alle umgebracht hier hol dir das ich hol das ich hol das schossen der da vor dem Gitterfenster herum getänzelt ist so nach Südwesten ist na jetzt komm mal noch rein äh Südost meine ich war jetzt looten ja klar das ist jetzt ja wohl verdient hier unten liegt einer hier oben ist hier hier das war der der Penner der mich da eben hatte ohne dass ich ihn sehen konnte also das sind krass viele Fallen da geb ich dir recht wow mhm